Willkommen bei den Wirtschafts-TV-News. Der Chip-Hersteller Infineon senkt wegen einer schwächeren Nachfrage und des stärkeren Euros seine Prognose. Der Konzern erwartet für das am 30. September endende Geschäftsjahr nun etwa 16 Milliarden Euro Umsatz, berichtet die Deutsche Presseagentur. Zuvor hatte Infineon eine Milliarde mehr in Aussicht gestellt. Dies würde im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzminus von rund 2% bedeuten. Das vergangene Geschäftsjahr war für Infineon sehr gut verlaufen. Der Vorstand hatte schon früh die Erwartungen gedämpft. Der Chip-Markt hat sich jedoch schwächer entwickelt als erwartet. Ein schwächerer Dollar wiederum beeinflusst die Konzernbilanz, weil Infineon in Euro bilanziert, aber viele Kunden in Dollar bezahlen. Im ersten Geschäftsquartal ging der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 11% auf 3,7 Milliarden Euro zurück. Der Nettogewinn sank im Vergleich zum Vorquartal von 753 Millionen Euro auf 587 Millionen Euro. Infineon stellt Chips für eine Reihe von Industriezweigen her, darunter Autos, erneuerbare Energien, Informationstechnologie und Verbraucherelektronik. Vorstandschef Jochen Hanebeck geht davon aus, dass die Chip-Nachfrage bei sogenannten verbrauchernahen Anwendungen in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres spürbar anziehen wird. Besser laufe dank hoher Nachfrage chinesischer Elektroautohersteller das Autogeschäft. Unter dem Strich erwarte man für Infineon ein Übergangsjahr. Für die mittel- und längerfristigen Aussichten betonte der Infineon-Chef seinen Optimismus, basierend auf der Annahme, dass der Chip-Bedarf für E-Mobilität, automatisiertes Fahren, erneuerbare Energien, künstliche Intelligenz und das Internet weiter steigen wird. Infineon steckt viel Geld unter anderem in den Ausbau seines Standorts in Dresden und der Fertigung in Malaysia. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.